Wir leiden das Mall Group, weil wir es eigentlich sehr bereichernd finden, dass man eigentlich nebst dem Grossen auch das Kleine hat. Wir wollen einfach als Umfeld arbeiten, wo man wirklich den Leuten die Möglichkeit gibt, wo sie einfach eine Gemeinschaft knüpfen können und untereinander für einander da sein. Wir sind seit zwei, drei Monaten, kann man sagen, hier in dieser Mall Group. Und sind durch das ICF eigentlich dann auch dazukommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Anschluss hat, dass man auch andere Leute kennt, die im Glauben unterwegs sind, dass man sich regelmässig einfach an Trifto austauschen kann, auch da sein füreinander, auch für gute Ereignisse oder auch wenn etwas nicht gut ist, dass man da einfach nicht alleine ist, dass man jemanden hat. Und auf Freude und Leid gehen, ja. Es gehört beides dazu. In Offenheit, Ehrlichkeit und ich denke auch authentisch, sich selber auch sein können. Das tiefer in einen Minnen auch ein bisschen Preise geben und auch können lernen und halt mitregen. Das ist wirklich wie eine Familiengemeinschaft. Und das ist etwas sehr Schönes und für alle eine Bereicherung, wenn man sich so austauschen kann. Ich finde einfach, es ist jedes Mal, wenn man nach Hause kommt, muss man sagen, es war eine Bereicherung. Es war cool, es hat mich weitergebracht und vor allem, wir können Kontakt knüpfen, Gemeinschaft haben und ja, wir finden auch wirklich viele neue Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.